Mir war langweilig. Wenn mir langweilig ist, dann komme ich auf ziemlich doofe Ideen. Deswegen habe ich Haarfarbe geholt und dachte, hey, probiere ich mal was komplett anderes aus. Ich habe mir einmal schwarz und einmal dunkelbraun geholt. Ich wusste nicht ganz genau, was besser ist, deswegen habe ich einfach beide zusammen gepanscht. Gut geschüttelt, aufgeschnitten, das gleiche nochmal mit der anderen Dose gemacht. Dann habe ich alles in einer Schüssel zusammen gemischt und habe angefangen, das mir auf die Haare zu schmieren. Ich habe meine bunten Strähnen abgetrennt und ich wollte einfach, dass dieser Kontrast ein bisschen höher ist zu meinen bunten Haaren. Deswegen habe ich die Haare einfach dunkler gefärbt. Dann habe ich direkt noch meine vorderen Haare gefärbt. Das Doof ist, da mitten ist schwarz hingekommen und das war wirklich ziemlich doof. So sah ich dann aus. Ich habe dann 40 Minuten gewartet und es dann ausgewaschen. So sahen sie dann im nassen Zustand aus. Dann musste ich sie natürlich noch föhnen. Und das Ergebnis ist das hier. Wie findet ihr es?